Ja, wir zeigen jetzt hier Minecraft, hart am Suchten. Ähm, wir müssen noch Erde hauen, damit wir diesen komischen Weg da noch voller Erde hauen können. Der muss ja voller Erde, weil wir da Bäume anpflanzen wollen. Damit das alles schon synchron ist, müssen wir da Bäume rein. In so komischen Cobblestone-Variationen, was sich nicht ganz identifiziert kann. In jeden Fall brauchen wir da für Unmengen an Erde. Und Dreck. Gut. So, noch einen tiefer. Alles rein, tief in die Erde. Krost das Eisen. Und wir haben eine Spitzacke dabei. So, jetzt graben wir hier Hardcore-Eisen ab. Da ist Eisen und hier ist Eisen. Ich bin Eisen, du ist Eisen, jeder ist Eisen. Ähm, zack. So. Weiter direkt aus dem Boden hauen. Und. Vielleicht finden wir auch noch Kohle. 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 War ich, wenn wir Kohle. Kohle. Keine Kohle. So, Treppe rausgraben. Und weiter bauen. Kohle. 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 So. Ups. So. Und hier noch 1, 2, 3, 4 Hier kommen dann die nächsten Blöcke hin Auf jeden Fall muss dann hier noch eine Schicht hin Ja, das war's dann, nicht mit der Erde Brauchen aber garantiert noch mehr Erde So Brauchen wir nämlich noch, oder? Wir tricksen einfach ein bisschen Und bauen das einfach so und lassen dann erstmal hier eine Spalte aus, sieht ja eh keiner Außer wir Und bauen das dann so Jetzt gucken wir eben 1, 2, 3, 4, 1, 2, nein Das passt natürlich nicht 1, 2, 3, 4 1, 2, oder hab ich mich da nur verzählt 2, 3, 4, ne, da hab ich mich hier verzählt 1, 2, 3, 4 Ne, da hab ich mich hier verzählt 1, 2, 3, 4 Dann kann nämlich auch der hier weg So Jetzt aber pennen gehen 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4